Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 7. November 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 241 und es scheint, als wäre es schon 4 Uhr gewesen. Und ihr seid alle schon wach. Die meisten zumindest. Oder ihr, weniger mich. Heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. 98 Datensätze. Linux, Alexa Party, Ouch, FBI, Bezos holt sich eine Milliarde, Raphael Zeier, Samsung Clip, J-Music, Eine, Eins mit vielen Nullen, Obsolute Hardware, Apple Watch, Wetter und iFixit. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist einiges an Themen dabei. Und deshalb starte ich doch gleich mal mit dem ersten Thema. Der Artikel ist nicht ganz so neu, aber sehr interessant. Weil gerade gestern war es, glaube ich, habe ich in der Daily erzählt, dass die Facebook-Werbung bei mir sehr, sehr gut ist. Weshalb das so ist? Facebook hat 98, ja, Eckdaten, die sie über euch sammelt. Was da alles drunter ist, von so kleinen Dingen wie, wo du wohnst, wie alt bist du bist, deine Sexualität, wie sagt man, deine Männchen, Weibchen, so rum geht es genau, etc. Schule, Bildung, etc. Sind da noch viele andere Geschichten mit drunter. Sehr, sehr spannend, was da alles drin ist. Und wenn ihr nur ein paar von denen zusammenzählt, dann könnt ihr sicher sein, es kommt einiges dabei raus. Es wurde fleißig gefeiert im Hause Linux, denn es sah so aus, als gäbe es eine richtige große Ansteigung, also richtig, für Linux-Verhältnisse, große Ansteigungen in Neuinstallationen oder in Nutzung von Linux auf dem Desktop. Das ist leider jetzt doch nicht ganz so, denn, ja, bei der Auswertung von NetMarketShare wurde ein kleiner Rechenfehler gemacht und das Ganze ist eben dann doch nicht ganz so schön. Schade für Linux, aber, ja, war ja leider klar. Das nächste Thema ist, ja, wenn ihr eine Party machen möchtet, nehmt dann nächstes Mal doch einen, ja, diesen Sprachassistenten, den ich jetzt nicht ausspreche, A-L-I-X-A, mit, denn der macht anscheinend richtig Party. In Deutschland wurde die Polizei geholt, wegen lauter Musik. Die kam dann, brach die Tür auf und wer war drin? Kein Bewohner, aber eben ein Sprachassistent aus dem Hause Amazon, der fleissig Party machte. Nicht schlecht. Im Smartphone in meiner linken Hand ist es wieder mal ein bisschen gefährlich, denn bei Android gibt es Software, die man runterladen kann, Apps, die man runterladen kann, die halt nicht immer ganz so geprüft sind. Genauso ging es anscheinend einer Million Nutzer, die eine falsche WhatsApp-App runtergeladen haben und damit einfach zum Glück nur relativ viel Werbung bekommen haben, anstatt sonst irgendetwas. Wie sie es geschafft haben, wir haben einen Link von 20minuten.ca verlinkt dazu. Ja, liebe Leute, lese durch, bevor ihr was anklickt. Nur weil es grün ist und Telefon ein Bubble rundherum hat, hat es noch lange nicht mit WhatsApp zu tun. Aber ja, dafür kann man sich Noten erschummeln. Mittels Keylogger hat ein Student aus den Staaten sich über 21 Monate lang 90 Mal die eigenen Noten und die seiner Kollegen abgeändert. Da ist er jetzt leider aufgeflogen und darf mit bis zu 10 Jahren Gefängnis dafür rechnen. Das ist dann doof, dann doch lieber lernen, würde ich doch sagen. Senior Bezos ist ja wieder nach einem kurzen Auftritt im Sommer zum zweiten Mal jetzt der mächtigste oder der reichste Mann, besser gesagt, von Welt und hat somit den Bill abgelöst, der da früher mal Microsoft gegründet hat. Ja, und hat gleich ein bisschen Geld vom Konto abgehoben, sprich ein paar Aktien verkauft und sich eine Milliarde auf die eigene hohe Kante gelegt. Worin, dass er das investieren wäre, hat er nicht gesagt, aber es könnte natürlich in sein Raumfahrtprojekt gehen. Denn aktuell, wo ja Tesla ein bisschen unter Beschuss ist, wäre das vielleicht nicht schlecht, wenn er da auch wieder mal ein bisschen was ausweisen könnte. Der Raphael Zeyer ist ein Tech-Journalist aus der Schweiz und macht immer wieder mal so Foto-Vergleiche. Zum einen mit seiner Sony-Irgendwas-Kamera gegen iPhones oder gegen irgendwelche sonst aktuellen Smartphones hat jetzt das Note 8, das Mate 10 von Huawei plus die beiden iPhone-Modelle verglichen und wie das Ganze rausgekommen ist, das könnt ihr auf seinem Blog zeypad.com Link bei uns in den Shownotes gerne nachschauen. Besten Dank immer wieder für deine tollen Vergleiche, die du da so machst. Ich könnte das nicht mit meinen bescheidenen Foto versuchen. Dann hat sich Samsung wieder mal lustig gemacht, wie üblich jedes Jahr, nachdem sie es nicht geschafft haben, hier in der Schweiz die, wie viele waren es, 14 oder 17 Influencer aufzutreiben, die zum Start vom iPhone von einem iPhone auf ein Android gewechselt haben, machen sie jetzt ein lustiges Video. Ist wirklich witzig, die letzten 10 Jahre iPhone und so weiter. Ich denke, die meisten von euch haben es schon gesehen, diejenigen, die es nicht gesehen haben, Link bei uns in den Shownotes dazu. Habt ihr gewechselt von Spotify auf zum Beispiel Apple Music oder auch sonst? Solche Wechsel sind ja immer ein bisschen unschön im Sinn von, weil man legt sich da Playlisten an, Freunde und so weiter. Wenn man wechselt, gibt es jetzt zumindest mit JMusic eine App, mit der ihr euch die Playlisten von Spotify zu Apple Music rüberzügeln könnt. In die andere Richtung gibt es ja meistens Lösungen, aber in die Richtung sind es noch nicht deren viele. Einzig schade an der ganzen Geschichte, ich muss in den deutschen App Store gehen, denn im Schweizer gibt es die App nicht. Schade, dürfte man nachfixen. Auf macprime.ch gibt es einen guten Beitrag dazu, dass Apple in der nächsten Zeit das Eins mit den ganz vielen Nullen da drüben, Billionen US-Dollar, sprich einen Börsenwert von einer Billion US-Dollar erreichen könnte. Ein paar eindrückliche Zahlen dazu und ja, mal schauen, ob sie es diesmal schaffen. Sie waren ja schon mal relativ nah oder so ziemlich genau in die Richtung nah. Es gibt eine weitere Neuigkeit von Apple. Mac Pro der zweitletzten Generation, also dieser mit den Löchern, das grosse Kissen, Time Capsule und Airport Extreme wurden obsolet, wie Apple News so schön berichtet. obsolet, nicht im Sinn, sie bekommen keine Software Updates mehr etc. Ne, es geht einfach darum, wenn es ein Hardware-Deffekt ist, gibt es da keine Ersatzteile mehr dafür. Die Geräte sind auch, ja, schon, kurz rechnen, sieben Jahre alt, genau, 2010. Ist ein bisschen her. Aber bei Apple geht es gut, unter anderem auch die Wearables-Geschichten, sprich die Apple Watch, die wird fleissig verkauft, so fleissig, dass Apple jetzt seine Lieferkette aufbohren muss. Dennoch, liebe Käufer einer neuen Apple Watch der Series 3, wenn ihr diese nutzt, fragt nicht nach dem aktuellen Wetter. Ihr dürft gerne fragen, wie morgen das Wetter wird, wie der übermorgen das Wetter wird etc., aber fragt nicht, wie heute das Wetter wird, denn es gibt Personen, bei denen stürzt dann die ganze Uhr ab. Ziemlich unschön, könnte an der Zeitumstellung liegen oder ähnliches. Liebes Apple, bringt doch das ganze Zeugs mal in Griff, wäre doch an der Zeit. Wenn ihr wissen möchtet, wie immer, wenn ein neues iDevice auf den Markt kommt, generell, wenn neue Devices auf den Markt kommen, aber Apple geht meistens am schnellsten, ist iFixit mit zu der Stelle und hat sich das Ganze auseinander geschraubt. Ich spreche vom iPhone X und da könnt ihr sehen, wie das Ganze zusammengelötet ist, respektive wo die ganzen Bauteile sind und vor allem, dass es doch einige Unterschiede gibt zum iPhone 8 Plus Modell. Na dann, happy-clicking-daily.geektalk.ch da sind die ganzen Links zu den Themen mit drin, wer noch ein bisschen genauer nachlesen möchte. Ansonsten, es bleibt mir trotz der vielen News noch ein bisschen Zeit, um euch einen wunderschönen Tag und vor allem einen erfolgreichen Tag zu wünschen und morgen Mittwoch hören wir uns doch wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Somit bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.